Hallo Drio, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen Neverwinter heute im Tempel von Niamat. Mit mir das Nox, ich bin das Mirk. Das wird ein Guide, oder? Ja, wir wollen zumindest mal so ein bisschen sagen, was man da so macht, falls ihr halt gar keine Ahnung habt. Also erstmal alle sammeln. 25 Mann können ja mitmachen. Das ist nicht wenig. Und ihr habt so fünf verschiedene Flächen. Mit momentan fünf verschiedenen Zauberern drauf, die es erstmal gilt umzuhauen. Und die lassen dann auch noch was fallen, wenn ihr das gemacht habt. Und wer kann, sollte es aufheben und in seine Schnellwahlplätze packen. Weil damit könnt ihr nämlich die großen Drachen, die hier nämlich entstehen werden. Hier kommen nämlich fünf Köpfe an diesen fünf Plattformen, also einen Kopf pro Plattform raus. Könnt ihr deren Fähigkeiten blockieren. Das macht durchaus Sinn. Aber als allererstes muss man erstmal die fünf Zauberer umhauen. Danach erscheint hier in der Mitte, hier oben, der sechste, nämlich der Silberin, der gemeine Hund, den man auch umhauen muss. Lustig, äh, gibt mir schon ein Einhorn. Und es ist nicht so gewesen. Du hast doch getrunken, wenn du schon Einhörner siehst, oder? So, jetzt gibt es drei verschiedene, ähm, hier, wie heißt es, Zaubererinnen auf unserer Seite. Heilerinnen, Träumer, Linolinerall und Sejanit-Mindancer, die beschützt werden müssen. Ja, ich stehe bei Sejanit. Jeder Bereich macht was anderes. Also der eine Bereich, ähm, der Drache, der den Bereich macht, der macht Giftschaden, der nächste macht, ähm, Eisschaden und ich glaube, einer macht Feuerschaden. Das muss man halt wissen, was man, was man mag. Und es gibt so einen, so einen roten Strich, der euch von den Drachen da trennt. Den solltet ihr auch nicht überschreiten. Das ist eigentlich der wichtigste, äh, Tipp des Tages, weil da, wenn man das macht, ist er ein ganz normales Arsch. Ja, das führt manchmal halt dazu, dass der gute Tiamat, ähm, einfach, äh, ja, einen Bug hat und dann nicht mehr rauskommt. Einer von den fünf Köpfen, der kommt dann einfach nicht mehr. Das ist schon ein bisschen blöd. Da steht man ganz schön dumm da. Ja, weil er hat mal angefangen und es geht nicht zu Ende. Aber man muss alle fünf Köpfe besiegen. Ziel ist es also auch nachher, alle diese fünf Köpfe gleichzeitig platt zu hauen. Also gleichzeitig im Sinne von, es müssen alle fünf Köpfe runter sein, innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Und nicht alle müssen in derselben Zeit kaputt sein. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Reden sie dort. Sie sehen sich auch auf meiner Seite. Das ist ja auch schön. Ich denke, das ist irgendwie auch außer Po, dass diese Seite viel besser ist als die andere. Aha. So, wenn diese blauen Balken, die ihr da oben rechts in der Ecke sieht, vom Träumer, Lino Linaral und Serenit Moondancer, wenn die alle gefüllt sind, schießen die drei so einen Strahl auf den, äh, bösen Tiamat. Und, äh, wir können die fünf Köpfe angreifen. Zwei wären jetzt schon so weit. Und wer Ahnung hat, wer Ahnung hat, macht das erstmal von links nach rechts. Das heißt, ups, ich bin auch tot, toll. Ähm, und vergisst es mit Hilferufen oder so. Hier, man ist nicht weit weg von den Dingern, schreit nicht um Hilfe, es ist albern Kinderkacke. Sondern, belebt euch eben wieder am Feuer, reitet wieder zurück. So, da ist der Strahl, der besagte. So. Das heißt, man geht links rüber, lasst die Gegner stehen. Es ist schicken, die paar rennen euch hinterher, die werden erledigt. Wenn ihr reiten könnt, reitet. Ich kann jetzt wieder reiten. Und immer zum linken Kopf rüber, links, merkt euch das, links, und nicht aufteilen. Aufteilen ist blöd, weil der Kopf muss schnell runtergehen, weil wir wollen alle fünf plattern. Je mehr an einem Kopf stehen, desto schlauer ist das. Und nicht, oh, ich mach dann mal den Kopf auf der anderen Seite, wenn alle da sind. Das dauert viel länger. Okay, Tipp des Tages ist übrigens, ähm, nicht runterfallen. Auch das. Und Tipp des Tages, dieser ganze Bereichsschaden, der hier gleich kommt, kann man umgehen, wenn man so einen Kopf aufgenommen hat von den Zauberern. Und den grünen hier zum Beispiel den Giftschaden unterbinden kann. Dann ist das hier nämlich safe und man kann hier rüber. Ihr könnt auch rüberspringen, das geht auch. Ja, er macht den nächsten Schaden. Das ist der böse Ende. Ich hab auch gemacht, was ich kann hier vorne. Aber jetzt ist der Schaden weg. Da ist der mit dem Kopf jetzt erschienen hier. Und ihr habt nur eine bestimmte Zeit. Wenn ihr es nicht schafft in der Zeit, dann geht das Spiel von vorne los. Ihr müsst die drei, ähm, Heiler wieder beschützen. Also eure Zauber auf eurer Seite. Müsst, äh, wieder die Gegner bekämpfen in Wellen. Müsst dann wieder zu den fünf Köpfen hin reiten. Ich bin gespannt, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Sonst seht ihr das gleich alles noch live von uns. Juhu. So, der Kopf ist weg. Ich springe hier mal rüber. Mh, oder runter. Lieber nicht. So, 26 Sekunden, ein Kopf noch komplett. Und immer von der Stärke eurer Leute hier ab. Das geht aber ganz gut jetzt gerade runter, ne? Jo, geschafft. So, jetzt sind wir wütend. Ja, verschwindet jetzt. Und dann steht ihr auf einmal wieder am Feuerchen. Und soll durch. Hier oben gibt es noch eine Kiste. Wer einen Schlüssel dafür hat, den müsst ihr euch bauen. In der Kampagne. Das ist der Schlüssel der Drachenkönigin. Und ansonsten gibt es Auto-Loot. Genau. Ein Auto oder Loot. Eins von beiden. Genau. So, und es sind 25 Mann. Also nur die ersten fünf stehen überall irgendwo dabei. Ich habe auf jeden Fall den meisten Schaden erlitten. Da bin ich ganz weit vorne, wenn ich das so sagen darf. Ach, Quatsch. Ja. Ja, der Meister hat 50 Tötungen. Der nächste 46. Also, okay. Auf jeden Fall ist das relativ easy zu machen. Wenn man das noch mit einem zweiten Gang machen muss, dann macht ihr den nächsten Gang. Startet ihr einfach von rechts nach links. Also erst den rechten Kopf. Weil der dann ja am wenigsten bearbeitet worden ist. Weil ihr ja auf der linken Seite gestartet seid. Startet mit dem. Und arbeitet euch zur anderen Seite dann durch. Das geht dann ganz easy. Weil die haben nicht wieder ihre Helps voll aufgepumpt. Sondern nur so ein kleines Fitzelchen von Zitrone, wenn sie schon runtergearbeitet waren. Das war's. Ganz einfach eigentlich. Hängt wieder von der Gruppe ab, wie schnell die das so schaffen. Und hört bitte auf, um Hilfe zu rufen. Hier, 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 respawnt ihr. Und ihr fallt nur aus der Tür und seid direkt da, wo ihr hinwollt. Also die drei Schritte könnt ihr auch reiten. Ganz ehrlich. Die Wege sind kurz. Ja, das kriegt man noch hin. Keine Eintränke, keine Rollen. Ja, super. Das war's. Und bis zum nächsten Mal. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020